ja ja da streng dich mal mehr an jetzt oh mein gott an dem hab ich nicht mehr gedacht du schaffst das oder auch nicht ich bin voraus vorne ah einfach mal lasse ich los du hast mich runter geschobst hier bin ich hast du das ja ich werfen raus leiter moduli alter war das spiel darfst du jetzt nur ich jetzt geht das schon noch mal nicht das reich heute mal weg jetzt liegt drauf warte sehe nix warte 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 ok oh mein gott das war knapp ich hab fast gefallen ich hab auch schon nur die arme aufgabe dass wir hab ich schon verweck gefangen jetzt wofür wir die anderen sachen da machen mussten aber nur das ist ja das recht verstanden enthört gedruckt das habe ich kapiert aber der recht also das erste war ja noch mal ventilator aber den arsch gar nicht gebraucht und das weiß ich auch nicht ich auch nicht um IMMMMMMM Aber... Nee... Im... ...Lass und Weiss, wir stehen auf alle Seiten... Jetzt erwarte ich, dass die Map schwarz-weiß ist. Echt? Hm, wie ein Black and White ist. Oh, das wär noch schöner, so ne reine BVB-Map. Oh lol, das hätte ich jetzt echt erwartet. Das hätte ich, der hat gewusst, wie er die Map nennt, ist er einfach schwarz-weiß gemacht, hat er Name gehabt. Scheiße. Ja, das nennt man Fußball. Scheiße. Mein. Oh, dieser Scheiß-Ballock hat mich von mir gedonnert. Ach, ne. Ach, ne. Mit den Leuten, ne. Ich hab den auch nicht genommen. Boah, ich mag den jetzt schon, der Scheiß-Fußball dauernd. Alter. Ach, ich kotze gleich. Ich war doch schon over. Boah. Ich hasse die Map wird schon. Baseball. Ey, ich hab den jetzt schon. Welter Bastard lässt sich so scheiß Fußball in der Falle? also ich bin ich bin gesprungen endlich hier kannst du noch normal laufen kannst du auch noch normal und dann und dann hier bin ich gesprungen bestimmt bestimmt mit den ananasbüschchen da was du da oben hast du scheiße ich hab mir überholt eigentlich könntest du vielleicht gleich rechts rüber springen oder auch nicht ja wenn es zu schief wird springen rechts neben dran du bist es gerade oder so ja jetzt noch rechts hier weiter dran laufen ein stückchen weiter ohne springer schafft es und jetzt kannst du eigentlich springen wenn ich nämlich auch oder so ja 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 das nächste kann ich gehen wenn du ganz rechts läuft oder ab jetzt rechts ohne jetzt ganz normal weiter gehen weiter 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 noch einer und jetzt links hat der nächste jetzt ganz normal weiter und jetzt kannst du springen jetzt kannst du springen springen ja 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 Mach den Smiley weg. Habt ihr hier dieses Trupp-Tumult schon gespielt? Mhm, gestern. Sabi hat immer kein Bock mehr gehabt, weil es nicht aufs Ziel gekommen ist. Trupp gegen Truppen, Creator Maps. Können wir das dann gleich so mal spielen? Wir haben auch die nächsten zwei Dinger noch und dann können wir das so machen. Okay. Ja, die sind ja schon ein bisschen länger drin. Viagra. Na, aber noch halb Stunden. Bescheid. Turkey Take-off Tryouts. 12.000 Mal nur gespielt. Ich bin nicht tippnet. Wo hin? Hä? Hallo. Ach du Scheiße. Was war das denn, Kate? Ja, beim Versuch Rücksichtstournee bin ich schon... Was machen wir da? Picknick? Ja. Mann. Nein. Genau der Hälfte ist diese Axt. Jo ist klar. Oh! Ah ja, ist klar, Natalie. Läuft das bei dir, ne? Cheaterin. Habe ich dich rüber geschubst? Oh, ja. Okay. Okay. Ja! Ja, ist klar. Nein. Ach du Scheiße, sind die klein. Ich auch nicht. Ja, natürlich, Natalie. Was? Scheiße. Du kannst ja ganz kurz vom Regenbogen schieben oder so. Da links die drin. Da oben gibt's einen Checkpoint hinter dem Bouncer. Nein! Wir cheaten beide. Ich hab Aim-Bot. Hahaha. 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 Allein! Ach nein! Du musst an dem Rand dann in Richtung der Trommel, da muss ich abspringen dann. Ach, Mann. Du kannst auch von der ersten Platte auf die andere rüber hechten, ne? Die gerade aus ist. Oh nein! Oh nein! Steh doch auf! Hahaha. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Ich war schon kurz vorm Checkpoint. Dude. Oh, Mann. Hahaha. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Haha. Ja, auf die Rächtel-Tramme, aber am Rand. Dann würden wir bei den Trommeln festhängen. Das schaffe ich schon wieder nicht da drauf. Ja, weil da kannst du nichts machen. Was denn? Emilia, ich muss mich hier... Das bin ja auch schon geübt. Äh... Nein! Warum? Was eine Kacke. Dann hast du ja so zwei Zuschauer... Ja, wow! Oh! Okay, bleib ruhig! Nächste an! Ist das schon die nächste oder was? Ja, die letzte schon. Aber da kommt nur einer ins Ziel. Ja. Soll ich mir vom Ziel stehen bleiben oder so. Ach, guck an, hat schon einer gespielt? Na. Hast du ja schon gespielt? Ich kenne das so von Facebook. Das Bild. Da ist doch am Ende eine Krone zu sehen. Dass so einer durchkommt. Hast du das gespielt oder irgendwo gesehen? Nein. Sie hat schon gespielt und ist deswegen durch, weil sie schon trainiert hat. So ist das also. Ich habe ja nur gefreut, das ist jetzt sauer. Ich habe doch gesagt, da kommt nur einer durch. Das sieht man doch. Nein. Aber ich kann mich da unten angucken, dass man halt durchkommt, wenn man den Ende eine Krone ist. Ich weiß auch so von Facebook. Och nee. Oh, sie stehen, ey. So dumm. Oh. Spielst du die, ne? Ne. Und? Geht doch doch hoch. Musst du dann herstellen. Nein. Nein, ich bin gefallen. Hä? Wie soll man denn da drüber kommen? Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Bin ich hier falsch? Ist das schon voll? Nee, noch nicht. Ich habe noch nichts getrunken. Also kann ich noch nicht voll sein. Nein. In der Gruppe. Jetzt gerade nur vier, ja. Okay. Aber Roxana ist alleine. Oh. 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 Mist. In der Gruppe. In der Gruppe. Ich bin in der Gruppe. Entschuldigung. Oh, den pausch ich sogar. Was will ich denn jetzt hier? Oh. Neue Dinger hier. Okay. ich bin doch gerade erst gekommen ich gefühl und weise täuschen zur falsche zeit ja du wieder ach nee ich muss doch hoch ich war doch mit zur falsche ich hätte so hoch springen nein und da komme ich jetzt nicht hoch oder was das macht sogar spaß warum versuche ich das jetzt auch schon vorne auch ich war so weit die cheaterin hier habe ich gesehen laufend zurück ich mag den foxhandschuhieren aber natürlich spielt jetzt die map nicht weil sie sie kennt oder weil sie keinen bock hat das nur einer durchkommt warum kann ich jetzt weiter einfach mal mit ich glaube soweit komme ich hier gar nicht mehr und noch morona toll das nicht der letzte ich auch sie darf doch gar nicht ach leck mich ich komme da nicht mehr drauf jetzt das kenne ich noch hin und jetzt nicht mehr ich war am checkpoint wund ich wie fit ich bin ich dann jetzt hier bin ich hier ich weiß nicht endlich wenn ich ins ziel gehen aber noch mal warten dass es geschafft hat unter dir lustig so jetzt habe ich den checkpointen meine trinken wir den einen wieder das funktioniert jetzt nicht ich sehe den smiley schon der winkt dann doch so ich bin der mann hau ab achte müsste ich mit dem teil der weiter dann will ich das roh hoch oder auch nicht ja das ein paar stunden so muss jetzt nur so springen kommen Irgendwie stickt das weh. Das ist auf jeden Fall nicht falsch. Das ist auf jeden Fall nicht falsch. Verarsche. Na, jetzt glaube ich, ich nehme jetzt mal nicht mehr. Geh durch. Geh durch. Geh durch. Alter. So in der Scheiß. Geh durch. Geh durch. Geh. Geh durch. Geh durch. Geh durch. Geh durch. Geh durch. Geh durch.